und dann soll ich wieder anmoderieren oder was heute mal du ja mach mal gerne ich gucke dann ob ich was dazu steuern kann okay dann würde ich sagen hallo herzlich willkommen zur folge 2 des überdimensional großen männer podcast ich begrüße euch auf seiten von spotify oder bei youtube oder vielleicht die leute die gerade vielleicht auch live sogar dabei sind und ich vorweg bevor du jetzt sowas dazu füchst sage ich noch mal dankeschön für die ganzen klicks zuschauer zuhörer wie man auch sagen mag bei spotify und bei youtube hat mich sehr gefreut ja sicher kann ich mich nur anschließen kam gutes feedback auch kritik fand ich sehr sehr geil aber wo wir gerade dabei sind mit kritik und zwar wurde mir auch was gutes beigetragen wir haben uns nicht mal vorgestellt in der ersten folge ja aber man kennt dass du rakete international auf der presse ja dass du rakete bist ich mag ja damit man die stimmen vielleicht auch zuordnen kann wenn man muss ja auch immer bedenken gar kein video geguckt wird ja das stimmt ja das ist aber learning by doing mit kritik die kritik nehmen wir gerne auf er kam wirklich wirklich sehr geil bin ich wirklich dankbar also jetzt auch von privaten freunden oder leute halt aus dem netz kam wirklich viel hätte ich nicht gedacht ja also ich habe auch ich habe sogar mal das mache ich eigentlich gar nicht ich habe sogar bei whatsapp in den status gepackt und da haben dann leute gesagt herr geil du machst jetzt podcast und ein kumpel von mir der ist so einer wenn er was nicht versteht oder dass ich so typisch in seinem umfeld der meint so ich habe mal ich habe mal eurem podcaster angemacht von dir und diesem marker ihr labert ja nur scheiße ich habe überhaupt keinen roten faden vom thema und so kram gefunden es gibt doch podcast die haben halt kein thema sondern das sind unterhaltungspodcast die da sind halt tausende kleine themen und nicht irgendwie wir reden ja nicht hier über was ich was leder arten von fuß biochemie oder sonst was oder wegen was ist es ja auch kein fitness podcast und so und dann hat das gesteckt und dann hat er gesagt ah geil so und jetzt hat sogar eine alte klassenkameradin sie hat sich jetzt sogar jetzt auch das andere format angehört und die ist sehr gespannt auf den podcast ja das ist doch geil er ist auf jeden fall gut gewesen aber ja ich kann aber auch vollkommen verstehen wenn dieses sinnlose gesammelt also manche brauchen halt so einen faden dadurch ne weil so ein podcast ja es gibt halt leute die suchen halt podcasts für ein bestimmtes vielleicht hobby oder irgendwas was ist neu entdecken wollen oder halt so ein thema was sich vielleicht interessiert wo sie halt für keine berührung mit haben mein wie oft guckt man halt auch videos von irgendwelchen themen was man ja selber nicht macht sondern man findet nur unterhaltsam ja sicher das stimmt auf jeden fall ja aber gut oder einen oder einblick beim ersten mal war geil ja also wirklich und ich meine das habe ich auch schon glaube ich im stream erzählt du hattest ja nach der ersten folge hast du haben wir danach uns ja noch ganz kurz unterhalten und das da hast du ja gesagt dass ich glaube wenn ich richtig in erinnerung habe hast du gesagt sehr gut dass du mich gezwungen hast du weil es dir doch gefallen hat und du hast erst so ein bisschen unsicherheit ne mir hat es erst also als ich als youtube hochgeladen wurde und ich das im youtube noch mal angeguckt habe und gehört habe auch wenn ich meine eigene stimme null hören kann ich hasse das wie die sau habe ich aber gesagt ging voll und ich war beim ersten mal auch wirklich hatte ich habe das nie ne also du wir haben uns ja jetzt gut jetzt schon drei vier mal wirklich auch live gesehen du weißt ja wie ich so unter leuten bin ja da bin ich ja wirklich offen das war auch in der schule so vortrag und sowas habe ich überhaupt keine sorgen mit aber hier vor war ich aufgeregt kann ich sitze hier in meinem beschissenen scheiß zimmer bin eigentlich ganz allein und trotzdem denkst du so wenn es halt neuland ist es halt ganz normal halt wie das internet immer noch sage ich auch stimmt neuland das stimmt ja ach so ich wollte ja eigentlich wieder genau ich wollte das ja wieder hier in die mitte drehen damit man auch so ein bisschen nach vorne guckt so hatte ich das ja letztes mal auch das doch vielleicht für die leute die es noch video sehen interessanter wenn ich mal so nach vorne gucke ja das ist bestimmt total interessant wo du hinguckst du dödel gut ist jetzt auch gut mit der rumgekeife sonst schneide ich dich die folge raus das hört sich auch gar keine sorgen mit also letztes mal war es ja eher so dass ich hatte mich ja sehr gut vorbereitet das war das war ja ein wildes potpourri an informationen die ich hier reingeworfen habe an scheiße du kannst ruhig scheiße sagen es war es ist auch eine art von kunst ja irgendwo wahrscheinlich so und ich habe natürlich mach ja denn nicht halt bei der ersten folge ich habe natürlich wieder meine dokumente hier liegen und war natürlich auch wieder hab wieder die fakten rausgesucht die absoluten absoluten fakten wo ich wieder mit dir rechnen will weil ich dachte mir so das thema das thema wrestling ist natürlich so ein ding und das was ich so im internet zu recherchiert habe so ne und ich denke mal das ist so vielleicht für jede folge zu beginn so ein bisschen wrestling fakten aus aller welt okay okay können wir machen ich sagte nur das erste feedback in anführungsstrichen was ich von dem guten kumpel getroffen habe ich habe am anfang gedacht da gibt es nur wrestling scheiße oder so also fängt jetzt schon wieder gut an siehst du gut denn dann unbekannterweise an die typen ja es ist wie es wir mutieren nach und nach komplett zum wrestling aber nur die aber nur die 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 fakten die dir ja so im freien fernseh nicht siehst das sind ja die sachen die die hat rausgenommen werden ich bin ja ich habe da ja mittlerweile quellen ja also ich habe ich habe herausgefunden über einer meiner lieblingswrestler damals nicht weil er erfolgreich war sondern weil ich auch immer so ein repeal-fan war war ja zum beispiel jake des neck robots ja verständlich so wusstest du der hat ja nie der hat nie ein gürtel gewonnen okay also ich weiß nicht ob er titelmatches an sich hatte ich denke mal schon hat der faszinierende aber er hat nie ein gürtel gewonnen da ist stellt sich jetzt eine frage und zwar dachte ich mir so kommen überlegst du mal da musst du einen grund haben er kann ja nicht schlecht sein er war ja ein publikumsliebling also glaubst du die frage ist jetzt schon bevor du die frage stellst ich habe halt jetzt schon wieder die sachliche antwort dazu mach einfach mal weiter glaubst du er hat mit absicht immer verlieren wollen weil er die angst hatte dass der gürtel aus schlangen leder war meinst du der war so ein tier liebhaber dass er es nicht also er konnte es einfach nicht haben ja tier leder aber hatte der nicht auch schlangen also so hosen das war bestimmt nicht aus echtem schlangen leder das stimmt natürlich also meine quellen noch mal anrufen nachher also das geht gar nicht weiß nicht wer da deine quelle ist dave melzer oder irgendwie sowas aber das hört sich für mich nach quatsch an aber kennst du das da kennst du die szene wo der gegen macho man randy savage kämpft und die schlange savage wirklich beißt und nicht mehr loslässt ich glaube ich kenne das ja also für jeden der empfehlung das muss man sich immer angeguckt haben weil man denkt ja immer ja ist alles so aber die hat einfach nicht mehr losgelassen das misst viele das kann ja passieren die die sind halt laut ist du kannst du kannst zum beispiel ich hatte ja damals selber jede menge schlangen und das was er hat was heißt denn jede menge schlangen ich hatte diverse färbungen von koordinatoren zum beispiel hatte ich so selten die seltene die heißen sun glow motley hießen die glaube ich die hatten die waren halt so die waren halt so rosa rot wie der sonnenaufgang deswegen hießen die wahrscheinlich so hattest du die auf einmal ne ja doch davon hatte ich hier glaube ich habe ich nämlich so als die die koordinatoren sind glaube ich wenn ich mich recht erinnern gehen so bis 1 20 1 50 oder so okay ja also ich hatte mehrere koordinatoren ich hatte auch zum beispiel diverse weiße die sind so je nachdem wie das weiß es gibt es zum beispiel so was wie zwischen gibt es halt snow oder halt wie hießen denn so die anderen weißen ich weiß gar nicht mehr wie die ja wie die anderen weiß färbungen ich habe ja ganz ich habe ja mal für eine zeit lang auch im zooladen gearbeitet in der terrarium abteilung hast du ich dachte als gorilla und wenn die tiere da zum beispiel zum beispiel dort halt irgendwie nicht richtig zurecht kam oder die waren halt gestresst oder krank dann habe ich die teilweise auch mit nach hause genommen habt ihr noch immer manchmal gesagt von wegen das verstorben und habt ihr dann einfach behalten weil sie teuer waren es war hier hat es ist doch auch ja ich habe mich schon gekümmert ja ich hatte eine boa constrictor hatte ich auch wo hast du denn gewohnt junge hattest du so einen halben raum abgesperrt mit einer glasscheibe und dahinter waren die vier oder die bohr hatte ich als ich schon alleine gewohnt aber die ganze kornnattern und die anderen tiere hatte ich alle als ich noch bei meinen eltern gewohnt habe damals ich habe mein bett aus dem zimmer rausgeräumt habe auf dem sofa gepennt weil ich platz für die ganzen terrarien brauchte weil ich hatte noch batagame ich hatte eine vogelspille du hattest nein du hattest nicht wirklich eine vogelspinne auch so eine rote schiele vogelspinne und schnell war die die schon zackig wenn sie sich wenn sie will der damalige damalige freundin hat die ins dikolleté gebissen das ist dann so das gefühl wie von diese weißen herrchen von den kaktellen kennst du das ja also so ist das ungefähr für mensch dann und ich hatte fauchschaben einfach nur so aus jux ok aber dass du gerade den hinten nicht verstanden hast wie schnell die ist dass du arschschnell nicht gesagt hast enttäuscht mich wirklich bitterlich wieso ich weiß nicht was du meinst bist du voll oder was nicht mehr geile spinne ist das so kann ich dass du dir auch nicht weitermachen wenn du auf hochdeutsch redest verstehe ich den hinten natürlich auch nicht das muss natürlich auch nordisch kommen drei wochen hungern lassen hast du immer hungern lassen oder hast du was hast du reingeworfen ich weiß ja mein onkel hatte auch so viele ich glaube eine regenbogen hatte dies aber auch relativ groß geworden irgendwas zwischen 1 50 1 80 oder irgendwie so die großen regenbogen dinge das ist die sind ja ja also die werden schon groß ja die leute werden ja wenn sie den namen hören denken sie die ist kunterbunt dabei ist es ja nur das schimmern wie auf so ein ölfleck die ist so grau schwarz so anthrazit und die die flimmert die flimmert halt im prinzip wie so ein ölfleck in regenbogenfarben die ist kamaleon lackiert kam kamaleon ja ja und ja ich hatte das diese ganze tiere zu hause noch so die bohr das ist ja übrigens auch eine von der art wie jackson snake hatte das ist ja auch eine bohr konstriktor aber es gibt da auch unter gibt es halt untergruppen auch noch oder so unter rassen verschiedene rassen von denen die hatte ich auch aber die die war irgendwann krank und die ist gestorben dann ja ich weiß ich bin mir immer nicht ganz so sicher ich war auch noch ich war auch noch relativ ich weiß nicht wie alt ich da war ich bin der meinung die die schlange von meinem onkel ist gestorben weil die an der maus einfach erstickt ist und die maus hat sich dann rausgefressen und am nächsten tag oder am nächsten morgen hatte dann reingeguckt und dann lag halt so der kopf nur da und dann der rest halt dahinter das andere war aufgefressen war die starke wahrscheinlich zu gierig normalerweise fangen die erst an die zu verschlucken wenn sie keinen puls mehr spüren irgendwas war mit der hat sie nicht gerallt und vielleicht hat die sich auch totgestellt die maus vielleicht war die auch clever wahrscheinlich weiße vielleicht auch so ein labor viel gewesen das kann gut sein die weißen halt futtermäuse ohne ende ja also da gibt es jede menge stories ich weiß doch ein kumpel von mir der hatte auch jede menge korn hat dann und immer zwei pro terrarium und er musste die immer so die muss halt versuchen einzeln zu füttern weil die sind dann natürlich die für das ja nicht so oft und wenn sie für das sind sie natürlich hungrig und dann gehen sie nach geruch und dann hat er die eine gefüttert die hatte ihre schlange ihre maus gewürgt und wollte die andere und dann lässt die auf einmal die schöne maus hatte blitzartig los und schnappt sich zeitgleich mit der anderen die zweite maus und dann haben die beide reingebissen und haben sich versucht beide um das gleiche naga tier da zu drehen und zu würgen dann haben die sich gegenseitig da gewürgt und dann musste er die auseinander poolen aber die lassen nicht so wirklich da die lassen nicht los und die haben so zähne die so schräg nach hinten gehen ja die sind so voll gläsern die scheiß zähne so und das einzige was halt übrig blieb da er muss die schlangen halten und ich musste dann halt mit der schere halt die maus da steigen ging halt nichts anderes die hast du scheiße ja wenn sich so zwei so eine so eine fücher so verhaken hast keine chance glaube ich als mensch die guten auseinander zu kriegen oder nicht ohne sie zu verletzen also du könntest die locker die sind ich meine die haben schon kraft das merkst du bei schlangen aber willst ja nicht das gebiss rausreißen halt ne ne deswegen meine ich ja im guten auseinander kriegst du die so nicht weil wenn du dann so fummelst und immer gegendrückst die machen es ja sofort wieder man macht man kann verschiedene sachen machen du kannst zum beispiel sowas wie mit einem etwas langen wie zum beispiel mit einem kugelscheibe oder schraubenzieher kannst natürlich versuchen dieses auszuhebeln so dass die kieferlose kriegst oder viele gehen halt auch so mit warmem wasser halten auf dem kopf halt aber hat alles in dem moment war es zu spät da kannst du nicht schnell noch warmes wasser holen da war einfach die option schnell da lag auf dem schreibtisch halt lag allerdings hier eine schere und dann wie war das so seine maus zu zerschneiden wie jeffrey dama schon ein bisschen widerlich so ein bisschen geratscht wie so eine zickzackschere in so ein bastelkatalog ja aber schöner fakt ich habe schon vergessen was es war ach so ob der gürtel aus schlangenleder ist genau das hat sich halt so wissen ich habe ich habe wirklich auch ein bisschen so recherchiert so vielleicht dass ich noch irgendwie so 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 geile fakten finde aber die werden die kommen denn immer mit solchen sachen so ja wisst ihr dass der und der eigentlich im hintergrund mit dem so sich mag oder so weißt du so überhaupt gar keine richtig interessanten fakten jetzt muss ich darf ich halt nicht so viel pulver verschießen weil ja das ist aber auch so 80er 90er schitten wo die leute halt wirklich noch gedacht haben der anertäger ist halt untot das ist der erste wirkliche zombie und so weiter und dass die wirklich gedacht haben dass die sich da hassen und so ja das ist halt alles old school das gibt es halt nicht mehr ich habe wo wir gerade auch bei dem thema tiere dann auch waren ich habe mir letztens habe ich bei das war glaube ich und da haben die da so ein so einen kleinen roboter der so wie so ein tier läuft kennt ihr ja haben ja diese firmen die sind international bekannt mittlerweile die diese hunde roboter haben die halt sie nicht umkippen die sich so selbst stabilisieren ja du glaubst es nicht da waren da denn ich weiß nicht ob das tieraktivisten sind oder ob das irgendwie ob das irgendwelche anderen spinner da also nicht hier aktiv ist dass das spinner sind sondern da waren halt welche in den kommentaren also wirklich sehr viele spinner die denn halt die leute da verurteilt haben wie schlecht sie mit dem roboterhund umgehen so weil sie dabei ist der stand extra dafür darum zu testen ob der umfeld wenn du trittst und so und wir haben die ganze zeit gegen getreten und jetzt gibt es auch schon den peter für metall also absolut wird also das dachte ich wusste mir das unbedingt ich wusste mir das unbedingt aufschreiben weil das war so da war ich schon wieder so wütend das war es wieder so absolut albern das ist ja ja aber weiß ich nicht ob die leute nichts zu tun haben oder einfach nur dämlich sind oder was also das ist ja wirklich das ist ja sowas von bescheuert ich habe mir auch einen kommentar rausgeschrieben hat einmal geschrieben ich denke wer sich gerne solchen tierähnlichen robotern gegenüber so ungut verhält wird bei echten viechern viechern wohl hat auch geschrieben auch nicht viel freundlicher sein was denkt ihr ja gehe ich vollkommen mit also wer wirklich da so ein plastik ding tritt das ist genauso hast du früher spielzeug gehabt von tieren oder dinosaurier und so weiter ja hättest du auch alle hättest du getötet wärst du damals am leben gewesen also soll ich machen ja so einfach ein dino die kehle durchgeschnitten von he-man gekämpft hast und he-man battlecat muss halt gewinnen da sind die anderen tiere gesturmen vom bauernhof und meine schwester natürlich das nützt ja nix der muss ja auch essen ja ach so wo da siehst du jetzt wo ich battlecat sage wegen he-man ein freund war zu besuch neulich und der hat er fängt gerade an so alte actionfiguren zu sammeln unter anderem he-man und he-man hat zum beispiel ja auch mehrere kollaborationen mit anderen ja themen oder anderen serien und sonst was zum beispiel hat er so zwei genannt die er sehr die er wirklich sehr geil fand und einmal war es mit turtles und so da hat er mir so ein paar figuren gezeigt das war dann so eine mischung also die he-man-figuren mit turtles und so richtig cool aber das zweite war super interessant wahrscheinlich auch für dich interessant die hatten mit der wwf ne zusammenarbeit da gibt es denn so he-man-figuren von den wrestlern und so da gibt es so stone cold mit so den kannst du denn so auseinander bauen mit roboterarmen und so und kamen in dieser he-man im he-man design und so eine scheiße absolut geile figuren aber he-man bin ich komplett raus sagen wir mal noch mal das ist nicht der mit dem schwert oder doch ja doch ja wann lief das denn in den 80er oder was Ende 80er ja da bin ich ja raus bin ja noch nicht so ein rentner wie du sag mal in meiner blüte ja kommt drauf an aber auch schon im vierten frühling in der blüte so die he-man war für mich damals das beste echt nehmen habe ich nie geguckt ich glaube ich weiß ja nicht ob das zu meiner zeit noch lief es gibt jetzt es gab ja dann groß angekündigt von auf netflix eine neue neue serie von he-man und das sollte der von hier wie heißt es heißt der bild und silent bob oder heißen die bild und silent bob ich glaube ja ja du kennst auch und dieser silent bob der typ dieser der prozent der ist ja auch produzent und der hat die produziert und hat gesagt er ist oder riesen fan und dies das denke das war der größte scheiß ich war gerade in österreich beim kumpel zu besuch weil wir in urlaub waren und wir haben uns so gefreut weil wir so die he-man fans war und dann haben die auch im trailer übelst die he-man szenen und es hieß he-man neue serie die ist das so geil animiert der trailer war so geil mit ein nieder hero und so gut ich habe ich war so gehypt ich habe noch nie so doll auf irgendwas gefreut und dann haben die da so eine woke scheiße draus gemacht he-man sofort in der ersten folge kriegt aufs maul ist schwach hat keine power mehr und diese she-ra wird auf einmal zum held also das ist wirklich so eine kacke und dann war sie natürlich auch noch lesbisch mit kurzen haaren musste er dann auch noch sein ganz das muss ich aber auch ich war so wütend dass ich wirklich fast geweint habe echt jetzt ja das hat mich aber das so keine kindheit er habe ich noch nie von irgendeinem gehört da der viel he-man geguckt hat das war wirklich das beste ich habe das so geliebt und dann muss ich mir vorstellen kommt bitte 30 war ich da kommt auf einmal eine neue serie supergeil animiert und so und dann so eine scheiße naja das ist tatsächlich müll weil es auch voll falsch verkauft wurde ne es war es war in diesem trailer war gar nichts von dem inhalt dass der dass es auf einmal den main char wechselt oder also wirklich so ein dreck aber ist das denn der auch der bei den sie da bei ted so verarschen der kooks zieht und dann so durchdreht war das ne was war das denn noch mal scheiß drauf da kommen wir nicht drauf also das lassen wir es scheiß drauf ja aber ich glaube jemand interessiert keine sau also das würde ich gerne mal gerade wenn das auch bei youtube und so weiter ist hat irgendeiner von euch immerhin geguckt also das glaube ich im leben nicht geguckt du warst doch der einzige deutsch der das geguckt hat wahrscheinlich wahrscheinlich hatte ja so ja alles kann ich mir das nicht vorstellen ja wenn wir jetzt weil weil du ja jetzt auch so die wrestling fakten und so weiter weil das ja so mein hobby ist sage ich jetzt ja ich habe jetzt nicht in hobby von dir rausgesucht aber ich weiß ja wir beide oder eigentlich jeder mensch mag ja musik ja ja und unser musikgeschmack gleicht sich ja in vielen sachen ja aber bei einer sache ist es halt so da bist du ja eher fan als ich und das ist ja böse onkels ne ja so und böse onkels ist ja immer so ein thema ja wie wie würdest du so die fans bezeichnen von den bösen onkels es ist wirklich es ist schwierig manchmal manchmal ist es nicht ernst antworten ich sag dir ich sag dir ganz ehrlich es ist teilweise super ist es schon unangenehm wenn du ich höre schon immer bei mir das hat man zum beispiel auch meinen bei mir eine familie haben das viele gehört oder hören und bei uns kennt das auch kennen das viele viele freunde auch und so weiter aber es gibt halt wirklich absolute assi fans halt ne du musst dir halt vorstellen wenn die leute beschäftigen sich ja dann natürlich nicht selber mit dem kram und die hören ja natürlich dass das ist ja das schnelle angriffsfläche nehmen das ja immer sofort und immer wenn es irgendwie was heißt oder wenn sie wieder so einen deutschen und deutschen assi wieder irgendwie machen ja und er hat dann auch onkels in der playlist und so kram kennst du den ganzen typisch ich finde es ja auch teilweise immer witzig weil ich halt weil ich es halt einfach höre weil ich halt ich mag halt einfach die mucke halt so ne und was die in der jugend dafür sprunghafte einstellungen hatten da sag ich ganz ehrlich juckt mich nicht wer wie viele leute haben sich irgendwann mal so und so in die richtung bewegt die waren die zeit lang hier haben sie ja gesagt so von wegen sie waren auf der einen seite dann waren sie auf einmal auf der anderen seite es juckt mich nicht so ich höre die mucke die klar auch deutlich auch gegen 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 mittlerweile also wie gesagt ich weiß nicht wie würdest du ich würdest auch ich will mich gar nicht so weit mit dem thema von früher beschäftigen weil es mich auch wieder sauer macht weil weil du ja weil du es ja so hinterher ziehst dieses thema und aber um das thema mit den fans noch mal zu kommen es gibt da wirklich absolut die grausamen leute die das hören die also also wirklich auch so richtig blöde das ist in der musikszene ist teilweise irgendwie die onkel sowie rtl 2 beim fernsehen ja genau ist er das ist das passt ziemlich gut weil da gibt es eigentlich sondern ja so ein ding dass man eigentlich sagte böse onkel fans was man im amerikanischen ja auch zu viel sagt ist halt white trash ne ja 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 so ein trailer park so weißt du ja genau so trailer park musik ob die jetzt rechts oder links und da hat olli schultz glaube ich auch mal was richtig geiles gesagt aber wie hieß denn diese sendung damals wo böhmermann und diese andere in so einem runden an so einem runden tisch saßen die hatten einfach mega viele gäste und da war das thema auch religion oder sowas ja und dann sind die aber irgendwie auf musik gekommen und und dann hat er so übelst vom stapel gelassen so von wegen ja das ist voll schlimm dass so eine asozialen typen sich so eine bubble aufbauen und das ist das aller schlimmste wenn du irgendwie einmal sagst die bösen onkels das ist das dümmste der deutschen musik geht ein weg bleibt immer stolz da sagst du einmal was unterschreiben hier 50 leute auf social media die haben auch ganz andere texte und die waren nicht immer rechts und dann sagt er irgendwie so das scheiß egal ob die rechts oder nicht die sind einfach scheiße es ist halt auch so ich war halt damals halt wirklich fällen so auch konzerte shirts die sachen gekauft und so die die scheiße die dann zum beispiel dass sie dann 2015 war ja das wohl glaube war das jetzt 2005 meine ich war ja denn das abschiedskonzert das müsste ja 2005 gewesen sein lausitz ring bis zu fünf tage da feierst das übelst dann kommt am ende wirklich auch so hörst dich schon immer bis damit groß geworden dann wirst du da teilweise ein bisschen emotional weil sie aufhören so ist halt einfach eine band die man halt immer gehört hat ich bin aber nicht so jemand gewesen von wegen so ich höre die texte die helfen mir in jeder lebenslage ja genau so eine scheiße und darauf geht er dann doch ein so von wegen da sind wir wieder beim thema religion da geht es ja nicht darum dass irgendein gott ist sondern ist diese band da deine religion das kann es nicht sein aber da habe ich auch noch zwei sachen wo du ja gerade sagst du warst 2005 warst du da ja aber warte ganz kurz ich wollte ja und dann hören die halt auf und du schließt mit dem kapitel ab und du hörst die mucke dann so okay die band gab es halt mal eine ganze weile dann ist gut und dann kommen die einfach zweimal wieder weil kevin einfach kohle braucht weil er die scheiße baut weil er zugedröhnt auf der autobahn da fast zwei typen tot fährt da ne der hat ja einen autounfall und dann dann ja dieses dann diese kam weg ja und es und argumentiert wurde mit von wegen ja es gibt noch zu viele sachen die gesagt die gesagt werden müssen und wir können nicht still sein und dabei weiß man doch einfach da fehlt es einfach hinten und vorne wahrscheinlich bei dem ein oder andere dann kohle und da war das hat mich dann auch teilweise mad gemacht und die fand doch denn so die alben die dann später kam auch nicht mehr so gut und diese comebacks vom comeback und comeback das ist extrem nervig egal wie sehr du die leute magst irgendwie gefühlt ist wir machen schluss und dann sagst du so nach zehn jahren kommt noch mal so ein revival ding da gehst du glaube ich noch mit weil du den bock drauf hast dann auch wirklich zehn jahre ruhe war aber die sind ja immer wieder und dann hat er weiten er alleine oder was weiß ich nicht ja der wege was und ja oder wie er auch immer heißt und da hast du ja auch immer gedacht ja meine fresse aber es ist halt nicht von der hand zu weisen dass wenn ich das einen anderen onkels fan gefragt hätte hätte es hier mord und totschlag gegeben ja dieses ist halt wirklich hast du denn aber auch teilweise diese das sind dann halt wirklich diese diese assi fans die das ding wahrscheinlich sogar auf auf zigtausend körperstellen tätowiert haben und sonst was so und guck mal das ding ist so ich bin von nie von irgendwie von von irgendwas so riesen fan dass ich das blute so oder schwitze so weißt du das ist finde ich teilweise so einfach und dieses die ist von wegen ja diese lieder helfen mir in der und der situation so ein schwasseln du kannst jedes sentimentale lied hören wenn es dir kacke geht und es unterstreicht deine gefühle das ist einfach nur der klang es ist diese texte die da drin sind sind ja das ist ich habe die bucke auch gehört weil ich vielleicht die texte gut finde ich mag die mucke an sich aber das ist doch nicht es ist doch nicht so dass ich diese jetzt jedes lied auseinander nehme und den inhalt des textes damit mit mir interpretiere oder mit irgendwelchen lebenssituationen so bullshit sowas mache ich bei gar keine mucke die meisten hat hier nie durch schwere zeiten geholfen das kannst du mir doch nicht erzählen ich hatte ich komme vom durch den sterben als kinder gesoffen einfach am meisten geholfen ja und da kommt man auch am besten dazu mit grölen das stimmt natürlich also das kennt glaube ich auch jeder dorf wie wir hatten auch unter mexiko oder hier wie heißt das andere gute freunde immer und dann geht es los ja sicher aber da wollte ich nur zwei sachen einmal ich habe hier zwei kommentare noch rausgesucht so zwecks onkels seit gestern mittag ist unser dorf voll mit grölen und preuß die alle wie geklont aussehen habe mir schon immer gedacht dass onkels musik für modernisierungs verlierer ist jetzt habe ich die bestätigung es ist teilweise so verrückt ich ist auch ich musste meine geschichte ist wie gesagt ich so so gerne ich halt die band gehört habe oder sie auch noch höre und umso ich habe wirklich richtig coole zeiten damit ich hatte ja zum beispiel auch bei uns hier in wolfsburg eine eigene fanclub weil wir damit zusammen auf konzert gefahren wir haben so veranstaltungen gemacht so hatten dann so cover bands von onkels und sodane und das war auch ganz cool das war halt wie so das war halt ein verein es war ja auch eingetragen und so und und dann war einmal der fall so und da habe ich mal für jemanden so die die alben auf nicht offen und auf der cd gebrannt ist auch verjährt klappt wirklich an dann habe ich jemanden halt diese ganzen alben auf so eine cd gebrannt als mp3 und dann hab das war halt wirklich so das war also weil das war halt dieser typische also richtig richtig tiefer rt2 onkels assi halt so weißt du aber so ganz weit auch aus mordor von deutschland und da weißt du ganz genau der typ da muss angst haben wenn er wenn du dich mit ihm unterhält dass dir ein stück zahn entgegen kommt ja und dann gebe ich ihn so jetzt gebe ich ihn so die gebrannte cd das war auf irgendeiner ich weiß ich weiß gar nicht der nimmt sich das ding und die wahl nicht beschriftet und dann hat er irgendwie von irgendwie im edding gekriegt und dann schreibt er da onkels drauf und macht da halt irgend so eine rechte scheiße symbolik noch mit drauf hast du genau habe ich genau gemacht ach so kacke das ist so ein vollassi das war einer der eq von zwölf der wahrscheinlich mal von der nie arbeiten gegangen ist aber der denkt der welt der vollfasche oder voll stolz deutsche also wirklich da habe ich gesagt so gib mir mal das ding wieder ab die cd durchgebrochen ist so verpiss dich ausweiten aus meinem blickfeld so ein auf jeden fall so was es wird halt dann vieles dazu genommen und man darf ja nicht vergessen die kommen halt auch aus einer ganz anderen zeit als die angefangen haben da ist dieses skinhead zeug aus england rüber geschwappt ja und dann haben sich das vielleicht die nazis so angenommen und so weiter man dann heißt es wieder ja man relativiert das und so weiter ich kenne glaube ich gar keine also ganz alten dinge wo jetzt so wirklich wo onkels rechtsrock waren habe ich mich nie mit großartig beschäftigt kenne halt viele also ja einige lieder sage ich mal und das war auch immer mit gröhl geeier aber dann immer so zu tun sowieso ja meine musik ist die beste und denkt doch mal was das was wie wie deep die texte sind da kommt halt dein maul dann ist auch wieder gut dann ist so mit grölen das ist vielleicht sogar relativ gute musik aber ansonsten halt die schnauze jungen ja das ist so ein ewiges thema das ist ist auch ich sag dir auch ganz ehrlich das ist heute so wenn ich zum beispiel zwar sogar letztes in dem video von stay oder so habe ich geguckt weil auf irgendwas reagiert hat und hat da da war irgendetwas ich weiß gar nicht mal was das für ein thema war und er hat einfach nur so einen dummen spruch gezogen von wegen so ja wie so ein onkels fan oder so hatte irgendwas und du fühlst dich dann so irgendwie so so von wegen so leicht so angestuft oder so weißt du da denke ich mir so einerseits nervt denn halt diese typischen sprüche halt immer aber andererseits weiß ich ja wem er mein diese voll assis so ne weil vor allem ja auch dem das ist ja auch so dass es gibt ja sehr wenig bekannten deutschen rock das ist ja gibt es ja nicht wirklich viel so sehr so ein bisschen lauter ist so ne ja das meiste ist ja eher so wenn du also deutschen rock hast das ist ja also nichts ist also viel punk rock ne ja ja und deswegen ist da heute und heutzutage noch punk rock ich glaube halt doch so ich sag's ja ganz ehrlich ich glaube auch viele von diesen assi fans nimm das einfach weil es halt so klischeehaft einfach denn passt deutsche texte rock immer ein bisschen schmutzig ein bisschen rauer und so und dann kombinieren wir das einfach zusammen mit ihrer rechtlichen dämlichen einstellungen und mit ihrem mit ihrem fliesen tisch verhalten zu hause weißt du wo wahrscheinlich noch nichts gegen fliesen tische weiß ich meine ich liebe fliesen tische am besten so ein mofo die multifunktionstisch richtig du bist auch echt knapp am osten vorbeigeschraben minjun ne ich habe ich finde den osten sehr unterhaltsam deswegen kenne ich das so viel ich liebe ich habe ich habe nichts gegen den osten ich liebe ich liebe die es ist die frauen sind super cool im osten und ich liebe und ich liebe halt den ostdeutschen die redensart ist sowieso genial da kannst du gar nicht ausdeutschen knüppelkuchen und jägerschnitzel mit pilzen nutze ist dann auch hier ist irgendwie so ein ostdeutsch jesus der ist auch so ein prediger aus der ostdeutsche kultur immer das ist auch immer so sachsen jesus aber thema musik wo es mir gerade wirklich einfällt weil du ja gesagt dass du bist auch auf twitter unterwegs gewesen und so weiter ich auch und also twitter wenn du das länger als eine halbe stunde antun durch immer kurz vorm ritzen also oder auch den dreierstecker nehmen und mich erhängen aber eine geile sache taylor swift konzert wurde ja abgesagt also von einer scheiß musik zu anderen scheiß musik kommen wir jetzt abgesagt wegen wegen terror gefahr und das habe ich warte das muss ich auf dem handy aufmachen ich habe es leider jetzt ich dödel nicht auf dem pc gezogen aber da hat die da hat die olsch die ehemalige hier von unge dieses war wien oder wie sie wie sie da heißt sabine oder was weiß ich nicht also auf twitter oder auf x heißt die sabine jetzt pass auf der tweet jemand hat einen terroranschlag beim taylor swift konzert in wien geplant und alle shows wurden abgesagt männer können sich ficken gehen eierlose kleinschwänzige nichts genass erfüllte gehirlose fragile huren söhne das ist das erste ding hass erfüllt sind natürlich alle anderen der tweet auf jeden fall nicht und dann schreibt sie noch dazu die ganzen nicht alle männer fotzen können sich genauso ficken gehen ich habe nicht mehr eingekriegt es war wirklich absolut genial da gab es dann auch die ganze zeit noch gegenwind oder was weiß ich nicht und irgendwann hat sie dann nachdem sie sich trotzdem für nicht gerechtfertigt hat sondern einfach ja ihr diskutiert am thema vorbei und so weiter kommt dann aber wieder dieses zurück habe nicht alle mit terrorist habe nicht alle männer mit terroristen verglichen terroristen genannt aber whatever helps you sleep at night bla bla und dann wieder dieses zurückrudern natürlich hast du das das steht da schwarz auf weiß und dann hat ein so ein typ auch so ein richtig geil wo die auch noch übelst darauf abgegangen sind niemand hat es heutzutage so schwer wie erwachsene frauen aus der oberen mittelschicht die gerade nicht aufs tatersliff konzert können um ihre girlhood auszulegen selbst gebastelte abwände zu tauschen ich sag's ja ich twitter wenn man das wirklich nur so als über die leute die halt dumm sind und die leute die anstrengend sind wenn du dir das nur zur unterhaltung nimmst findest wenn du damit halt einfach klarkommst und das halt wirklich so ein kategorisierst und auch ein bisschen abschaltest dann ist das eigentlich so pure unterhaltung aber es ist teilweise auch oft in diesen politischen scheiß da rein und das ist das problem wenn du das dann liest dann bist du gefickt und wenn du da einfach irgendwas likst das ist so schlimm da war letzt mal jetzt ist zum beispiel es ist ja momentan noch es ist alles voll mit diesen dummen mit diesen ganzen sprüchen und memes gegen auch gegen monte und so ein kram weil er ja mit der einen da irgendwie da schon angebahnt und gefördert als sie wohl 17 war und zusammengekommen als die 18 und dann heißt es ja und dann fangen die leute ja schon ich springe ja gleich über zwei lücken drüber und schreien gleich direkt die schlimmsten sachen und betiteln ja mit den übelsten begriffen schon und die leute müssen natürlich dann auch so einen auch so einen hasstrain mit aufspringen und es hört nicht auf und da sind so tausende post und ich enthalte mich dann halt immer so weil die leute halt bei diesem thema halt absolut aggressiv und werden und teilweise natürlich also was heißt teilweise sondern die hat ist ja auch meistens mal dann zurecht wenn es halt wirklich in die schlimme richtung geht wenn du verstehst was ich meine mit alter bei menschen und anderen kannst du doch kann man das nicht raushauen das geht halt immer gleich um pädophil oder was weiß ich weiß ich weiß dass dieses wort bei irgendwie bei youtube irgendwie überhaupt nicht gern gehört wird aber das ist ja eh nicht monetarisiert ja also von daher aber was hat das damit zu tun das ist halt ein wort wenn man darüber spricht ich beschimpfte mit keinen sondern ich habe es einfach nur ausgesprochen und dass ich mal zusammenreißen und das denke und das ding ist halt einfach so dass du als jemanden dass ich da gerne manchmal halt einfach mit den leuten bei twitter kann es ja eh nicht vernünftig diskutieren das kannst du nicht wenn du nicht also wenn du nicht wirklich miteinander redest oder dir gegenüber sitzt ist das alles hat jeder eine fresse weiß was ich halt immer bei diesem thema immer so verblüffend finde und jedes mal wenn du halt nicht sofort wenn du nicht sofort mit wehenden flaggen auch aufsprichst du sagst ja scheiß pedo und bla bla und du versuchst einfach nur irgendwie an dem thema zu dem thema irgendwie anzusprechen heißt es entweder du verteidigst einen oder von wegen so einer entlarvt worden oder so weil ich sage immer so von wegen so diese dumme scheiße mit dem dass irgendwo jemand irgendwelche zahlen einfach festgelegt hat so weißt du die leute weißt du du bist zum beispiel das mädel ist 17 du bist 30 knallt sie bis pedo ist sie einen tag später geburtstag ist 18 jetzt ist es moralisch jetzt ist es moralisch absolut fraglich aber pedo ist er dann nicht mehr so weißt du weil irgendwo irgendein handels mal irgendwelche zahlen festgelegt hat und dieses thema kannst du einfach nicht mit jemandem diskutieren weil wenn du die leute denken immer du verteidigst irgendwas was absoluter bullshit ist ich will einfach nur dieses den leuten mal klar machen dass irgendwann mal irgendjemand irgendwelche zeilen geschrieben hat oder nur eine kleine gruppe an leuten ein gremium oder sonst was und das daran so krank festgehalten wird was ist wenn zum beispiel jetzt jemand ist mit einer 19 jährigen zusammen und der ist sonst wie alt und das ist der altersunterschied ist gerade so okay und auf einmal wird das im deutschen gesetz so geändert so stellen wir das einfach mal so jetzt einfach banal vor und was wäre denn dann los fackelzug auf einmal würden denn aus dem dorf jagen so weiß ich will einfach nur dass die leute halt verstehen dass es das ist ja kein naturgesetz ist dass das auf einmal irgendwo steht und so ist sondern wir müssen auch mal verstehen dieses moralisch fragliche dass das halt auch irgendwo festgelegt wurde ich möchte einfach nur über dieses thema reden und damit nicht sagen von wegen so ja aber es hat ja irgendjemand hat ja diese grenze gesetzt sondern ja aber das aber das finde ich schwachsinn also da überhaupt dran zu denken da irgendwas zu kommentieren bei den bubble da auf auf x das ist ja ab also muss ich dir auch sagen das ist ja absolut ja ja da bewirks du nichts mit und zweitens ist der punkt wo du ansetzt ja viel also der ist ja wenn dann viel zu weit es geht ja einfach nur darum die sagen moralisch ist das verwerflich ja gut kannst du so sehen habe deine meinung hatte früher auch jeder aber heute scheiße jeder ins internet ja normal und das ding und das ding ist so es hat das hat nicht aufgehört und auf einmal kommt ja der kleinste twitter user und postet auf einmal auch so diese memes und sprüche und da hat irgendeiner was gepostet und da war ich gerade so in der laune und habe einfach nur so drunter geschrieben so weil die leute so mitgezogen sind und auf diese hasswelle und dieses übertreiben mit diesen mit immer wieder den gleichen nehmen habe ich einfach nur so geschrieben so ihr braucht einfach man ihr braucht man anderes oder ihr braucht hobbys habe ich gesagt und dann fing die sofort an guck mal und weil die weil die man ja bei twitter sieht das sicherheit auch streame und so und da wird ich nicht reden ja genau und da würde ich genau da würde ich nicht hausten und so blablabla und der hat dann hat dieser post von die leichter ist so guck mal du du denkst jetzt sofort nur weil ich gesagt habe ihr solltet euch mein hobby suchen dass ich ihn verteidige obwohl das gar nicht in diesem meinem spruch davor irgendwie rauszulesen ist sondern ich habe einfach nur gesagt zu eck über ihr macht euch hier so ein stress beziehungsweise ihr macht euch ihr verbringt hier so die eine spiele vor allem die menschen zu wählen und dann hat dieser post als der foto da sind irgendwas ist grundsätzlich zusammen mit den mit ihm nicht nur wie der ich mit dem da sind die tatsächlich die kenne aber das ist ja auch ganz einfach nur mit dem der familie ist die kenne und dann kann ich dir das nur machen die straffeln so ich gehibte dann aber nicht nur von mir einfach schon mal halt gesagt weil man so was man weiß gerade nicht nicht nur von mir das hat und dann gefällt es auch immer immer als Front auf dich, man kennt sich nicht im Internet, du denkst erst immer, der will halt scheiße, also der will dich irgendwie dumm anmachen oder was weiß ich nicht, deswegen ist der erste Konter ja auch erst immer aggressiv und negativ. Deswegen ist diese ganze Scheiße kannst du vergessen, also ich habe damit schon zu Facebook-Zeiten abgeschlossen, dass man da irgendwo was kommentieren muss, weil man denkt, man weiß es besser oder man muss denen sagen, ey, ist doch Quatsch, absoluter Scheiß, lass einfach sein die Pisse, sollen sich da irgendwelche 14-Jährigen zerreißen und gut ist. Das war so witzig, weil dann kommt erst so ein dummer Spruch von ihm, muss natürlich dann so beleidigen und dann habe ich geschrieben, so ey Diggi, ich sag doch, ich weiß gar nicht mehr, was ich genau geschrieben habe, ich habe irgendwie was gesagt, so von wegen so, äh, ich weiß nicht mehr, auf jeden Fall, jetzt habe ich den Faden verloren. Mensch, weil ich, oh Mann, jetzt will ich auch nicht nachgucken, habe ich keine Lust. Ja, ist mir das gerade entfallen, leider, weil ich, naja, egal, geschissen. Ja, jetzt ist drauf geschissen, ja. Ah, scheiß auf die alle. Aber trotzdem, wir Twitter. Haben wir angefangen bei Taylor Swift. Ja, genau. Ja, ja, Twitter ist, also wie gesagt, man kann ab und zu raufgucken und es ist tatsächlich für News auch ganz geil, aber wenn du da einmal im falschen Algorithmus bist, musst du dich echt wieder anstrengen, da rauszukommen. Ja, ja. Da musst du bewusst auf Seiten gehen und das liken, damit dir diese linke und rechte und mittlere Politik-Bubble da auf Deutschland nicht angezeigt wird, ne, weil damit habe ich keinen, da habe ich keinen Bock drauf, mich damit zu beschäftigen. Ja, ja, es kann, es kann eine Pest sein, wenn du da aus Versehen zweimal die falschen Posts und klickst, Alter. Na, ich glaube, manchmal reicht schon angucken, gefühlt. Wenn du immer so weiter scrollst und, ja, dann ist das halt so. Bei Twitter war übrigens auch, letztes habe ich ein Video gesehen, ich habe so eine Seite geliked, wo zum Beispiel so amerikanische Polizei-Bodycam-Videos sind, so weißt du, ich gucke das eigentlich mal ziemlich gerne und das sind natürlich manchmal auch so ein paar gepixelte Sachen, weil nicht alles dürfen sie ja da bei Twitter zeigen. Und da war zum Beispiel so ein Typ, der wollte ein Auto klauen oder er hat ein Auto geklaut, er ist dann vor den Cops weggelaufen und wollte nicht hören und die haben gesagt, er soll stehen bleiben, sonst wird er getasert und dann wurde er von den Polizisten getasert beim Wegrennen und ist dann nach vorne, weil du ja so versteifst, ist dann nach vorne weggefallen auf den Kopf und er war bei Bewusstsein und er hatte eine Platzwunde und er konnte, er hat sich das Genick gebrochen dabei und er konnte dann seine ganze, er konnte seinen Körper halt nicht mehr wehnen, das heißt, er ist halt Querschützgelehnt halt, ne? Ja. Weil er halt diesen, weil er vor der Polizei abgehauen ist und nicht hören wollte und der Polizist mit einem Taser ihn ruhig stellen, ganz normale Polizeiarbeit, der hat ihn nicht irgendwie falsch getroffen, der hat nicht irgendwie übertrieben, sondern der Typ ist einfach scheiße gefallen. Echt. So. Ist traurig, klar, aber dann lauft halt nicht weg und das Ding ist, pass auf, der hat jetzt den Kopf verklagt, Weißt du, was er gesagt hat? Übersetzt war der Post dann, dieser Beamte hat so ziemlich die Entscheidung getroffen, dass ich jetzt ein Gefangener in meinem Körper sein soll, weil er sich nicht mehr bewegen darf. Das hat er als, das hat er als Argument gebracht. Der gibt dem Polizist die Schuld, dass er ihn jetzt in seinen Körper gefangen hat. Ja. Und da denke ich mir so, du Wichser, dann lauf halt nicht vor den Kopf weg, wenn die sagen, die tasern dich gleich. Also das, was man vom Amiland so mitbekommt, ist ja auch alles immer sehr geisteskrank oder alles, alles, was so im Internet landet mit Polizei, das ist ja in der heutigen Zeit auch, was du bei deutschen Sachen so siehst und so weiter, weiß ich immer nicht. Das ist auch so ein, so ein schwieriges Thema. Aber ja, wenn, wenn er irgendwie einen Verdacht hatte, dass der da was gemacht hat und der läuft auch noch weg, dann ist das halt leider Shit Happens, auch wenn es einem natürlich vielleicht so leid tut dann. Ja, das stimmt schon. Aber ja, das Ding ist, das ist dann immer schwierig. Klar, man dann immer so ein bisschen, man sagt ja dem Orsch, das ist der Arme, dass er dann einerseits halt nichts mehr machen kann, aber andererseits ist man dann so, ich bin dann immer so, ich werde dann immer wütend auf diese Person, weil ich mir denke, ey, das hast du doch, guck mal, du baust die Scheiße, klar ist es dann traurig, aber dann bin ich mal pissig, weil die Schuld haben und die wollen das dann nicht einsehen, dass es deren Schuld ist. Ja, aber das ist glaube ich auch, ist das nicht, das ist wahrscheinlich einfach auch nur eine Taktik in Amerika, da nimmst du dir sofort einen Anwalt und der Anwalt sagt, immer volle Granate rauf, also Rechtsprechung ist da halt auch nochmal was anderes. Ja, das ist ja das in Amerika, dass die Leute sich wahrscheinlich im Leben lang drauf einstellen, dass sobald denen einmal irgendwie so eine unrechte oder nicht unrechte Scheiße passiert, dass sie erstmal versuchen, da ordentlich zu verklagen, wie die ganze Scheiße, wenn sie sich beim Fastfood verbrennen oder so eine Kacke. Ja, aber wenn du sowas oft guckst, weißt du ja auch, dass das in Amerika tatsächlich auch von Vorteil ist, ne? Also, was die Bullen da manchmal abziehen, ist ja auch der blanke Wahnsinn. Und das ist ja so ein Kreislauf bei den Arschlöchern da drüben. Du hast halt am Anfang dieses, wo noch keine Bodycam und so weiter war, haben die Bullen gemacht, was sie wollten. Mhm. So, jetzt hast du das so, jetzt wird gefilmt und jetzt lassen sich die Leute nichts mehr gefallen, obwohl die Bullen vielleicht gar nicht mehr sauer sind und so dreht sich das die ganze Zeit so, ne? Ich sag dir aber eins, was mich sogar noch wütender macht, als diese korrupten Cops, die halt ihre Macht ausnutzen, sind diese Leute, die sich auf diese scheiß Paragrafen setzen und dann immer diese klugscheißer Kacke. Das gefilmt, ne? Ja, dann gleich die Bullen filmen und sagen von wegen so, sie dürfen mir nichts, ich darf, brauchst nicht, oder dieses, immer diese Sturen, ich antworte auf nichts, ich antworte darauf nichts und boah, diese, das hasse ich, das macht wie so. Did I commit a crime? Did I commit a crime? Did I commit a crime? Am I free to leave? Am I detained? No. No, immer detained? Ja, das ist halt seltsam da bei denen, auch mit diesem überall Film, aber das ist halt, das sind halt die Gesetze bei denen, Land of the Free, alles muss da frei sein, du darfst alles in, jeden Film, du nur ein Arschloch bist oder nicht, das ist halt nun mal rechtens und ja, dann ist das halt so, ne? Also, ja, ich weiß, ich weiß auch nicht, aber dann ist das jetzt auch versteifend immer, dieses, das ist genauso, es ist genauso wie die Leute, die eben epic crime spielen, aber vorher sich, dass sie die, die IC-Gesetze durchlesen, damit sie dann halt Studierter die Gesetze verteidigen können. Genauso als Scheiß. Ja, das sind halt wirklich diese, also das habe ich auch oft schon bei TikTok gesehen und so weiter, das sind ja wirklich die Leute, die gezielt an irgendwelche öffentlichen Gebäude und so weiter gehen, da dann die ganze Zeit nur stehen und filmen, weil sie ja angeblich selbstständige Journalisten sind oder was weiß ich nicht, dann das jedes Mal zu provozieren, dass da die Polizei kommt, dann alle zehn Male finden sie da mal einen, der aggressiv sagt, die sollen sich verpissen, dann zeigen die die an und die bezahlen, also wenn du da gewinnst, wenn nicht da so ein Cop unrechtmäßig irgendwie angreift und du fällst da auf den Boden oder brichst den Arm oder so weiter, hast du ausgesorgt, ne? Ja, das stimmt. Ja, auf jeden Fall, ich weiß nicht, ob das der Algorithmus war, der mich dann zum nächsten Thema gebracht hat, das war ein deutscher Post, da hat jemand die YouTube-Kommentare und ein Screenshot gepostet und zwar, da war doch vor kurzem hat Eli, der deutsche Streamer, hat ja ein Foto gepostet, Eli, oder was? Jaja, wie er im Krankenhaus, ja, genau, wie er im Krankenhaus liegt, ne, da lag er irgendwie im Krankenhaus und da hat, denkst du, kennst du diesen, diesen Leeroy, der im Rollstuhl sitzt? Ja, und er hat geschrieben, komm schnell auf die Beine. Ja, und dieser andere Typ, der drauf geantwortet, oder du auch? Aber der kann doch wieder gehen, ne? Ich weiß es nicht, ich guck den ja nicht, ich weiß so, dass der Post irgendwie kurz nach dem kam, wo der eine Typ da hingefallen, sich das Gedick gebrochen hat und ich begehen konnte. Ach du, was ist das denn für Algorithmus, Alter? Jetzt, jetzt verstehe ich erst den Algorithmus, das ist natürlich auch ein bisschen bitter, ne? Ey, ich dachte, das kann doch nicht sein, Alter, dann guckt mir schon wieder einer über die Schulter und schmeißt mir hier so die Posts zwischen, Alter. Ja. Das kannst du dir nicht vorstellen. Ich musste bei dem Post, musste ich aber wirklich, wie ein Arschloch, richtig dolle lachen. Es gibt auch so ein MMA, wie nennt man das hier, Kommentator, der auf Twitter, irgendwelche Streetfights oder auch, wo Leute wirklich erschossen werden und so weiter, in seiner MMA-Stimme kommentiert. Ach so, als Kommentator. Und in Zeitgruppe dann nochmal und so eine Scheiße. Das ist auch so makaber und dann hat da auch einer drunter geschrieben, also sinngemäß, nicht wortwörtlich, so von wegen, ja, wie kann das sein, dass du dich über das Leid der andere lustigst machst und so weiter und dann hat er nur so darunter geschrieben, wie kann es sein, dass du so eine Fotze bist, verpiss dich. Ja. Das ist halt, ne? Manchmal muss man das Schlimmste nehmen, um einfach auch mal ein bisschen Schmunzler zu bringen. Ja, das ist wohl so, klar. Also, wenn du dir über alles den Kopf zermaterst, ey, dann hast du auch gar keinen Spaß mehr, glaube ich. Das stimmt, also, wenn du, ja, wenn du vor jedem deine eigenen Wörter und Sätze auch bange haben musst, um es zu sagen und, äh, bin ich halt nicht so, ich kriege lieber Ärger, als dass ich mich versuche, irgendwie komplett selbst zu zensieren. Ist ja schon schlimm, dass man bei einigen befreundeten Streamern, äh, gar nicht mehr wirklich in die Chats schreiben darf, da wirst du ja teilweise, letztes wurde schon wieder eine Nachricht von mir, bei jemandem gelöscht, da dachte ich mir auch, meine Güte, ey. Also, da, da hab ich auch schon Sachen erlebt, also, was, keine Ahnung, also, so ein bisschen beleidigen und so weiter und dann also Scheiße bannen im Shatter. Ja, ja, und wenn jede zweite Fotze, inklusive den Mods von denen, äh, dann immer mit diesem Scheiß Ausrufezeichen Distanz und sich von jeder Scheiße distanzieren, du Ficker, dann mach das Internet aus, wenn du dich von jeder Scheiße distanzieren musst und willst, Alter, meine Fresse. Es nervt, ne? Also, früher war das ja wirklich so, dass sie sich so bei Extremfällen, ne, wenn irgendeiner in den Stream reinkam oder eine Dono kam mit der N-Bombe oder was weiß ich nicht, dass sie dann mal gesagt haben, ich distanziere mich, damit das überhaupt bei Twitch so ankommt, vollkommen fein, aber sich bei jedem Dreck jetzt, äh, ich distanziere mich, davon distanziere ich mich. Manche, manche Streams, also jetzt nicht, ich gucke relativ wenig Streams jetzt, äh, in letzter Zeit so, aber so davor, auch gerade so in der Corona-Zeit und solche Sachen, da war die Hälfte, die Hälfte des Streams bestand daraus, sich zu distanzieren. Er ist absoluter Bullshit, so, ja, muss man machen wegen Partner, ja, dann such dir Partner aus, die das tolerieren und, und, ja, es wirklich, es ist, ja, besonders musst du dich von Sachen distanzieren, die andere Leute sagen, weil man sonst, wie du vorhin schon gesagt hast, bist du nicht dafür, also, bist du nicht dagegen, bist du ja dafür. Ja, und du musst dich auch nicht davon distanzieren, was andere Leute, zum Beispiel, wenn im RP, was die sagen, das ist immer noch RP, so, ne, und das raffen die halt nicht und dann, genauso wie, wenn ich was in den Chat schreibe, dann lösche es einfach nur, aber hör auf, dass jeder, äh, zweite Vollidiot dann anfängt, damit zu, zu distanzieren, so eine Scheiße, oder? Ja, sehe ich auch so, also, ich glaube aber auch dieses gerade, ja, IC oder MRP oder in-game ist, glaube ich, so ein Running Gag, den Zabex, glaube ich, gerade gut durchbringt, ne? Ähm, das verstehe ich auch so, ich hau dir jetzt auf die Fresse, in-game, IC, MRP, weißt du? So dieses, ich glaube, das ist eher so ein Running Gag. Das ist so ein Running Gag geworden, ja. Aber dieses Distanzieren, und du merkst es ja, wenn es wirklich ernst gemeint ist, oder, oder halt nicht, oder was weiß ich nicht, und dann immer gleich, ja, davon distanziere ich mich aber komplett, ja, dann mach das, aber. Ich sag's dir ganz ehrlich, im Chat komme und ich, ich schreibe da Sachen rein und es wird schon vom Automod gelöscht oder, oder der, oder die Mods müssen dein Wort prüfen, weil du wieder Arschloch geschrieben hast oder so, oder du sagst irgendwas, äh, weil zum Beispiel letztes zum Beispiel, sag ich auch, das wird den ein oder anderen Zuschauern vielleicht nichts mit anfangen können, aber damit die, die es wissen, die, die die kennen. Ich war bei Looper im Chat und wir haben über RP so aus Spaß gequatscht, über, über das Vanilla Unicom leiten und da meinte ich so von wegen so, äh, hab ich irgendwas wegen Zwangsprostitution im RP, erzählt und dann hat er das selber gelöscht und so von wegen so, oh, sowas kannst du hier nicht reinschreiben. Ich so, also wirklich, wenn redet über das RP ein fiktives Darstellen von irgendeiner Aktion, äh, naja, egal, drauf geschissen. Schnell anderes Thema und zwar, äh, neues Video von Arnie Sedak ist da für dich. Oh, heute, ne? Ja, hab ich mir schon angeguckt. Hast du dir wirklich angeguckt? Ich, ich glaube, ich hab's in der Mittagspause nur im Zusammenhang, aber erzähl, ich will's hören, ich genieße es, Arnie, du bist die Beste. Also, ich muss ehrlich sagen, die hat da so ein paar Sachen ausgepackt, alles, was ja diese, Moki hat ja irgendwie nochmal so ein neues Video gemacht gehabt und dann hat sie ja so Screenshots auch gezeigt und so eine Scheiße und, äh, Anni hat einfach mal immer die ganzen Verläufe von diesen Screenshots und wo das halt alles teilweise aus irgendwelchen harmlosen Sachen rausgerissen wurde und wurde dann halt übel schlimm halt dargestellt halt und so, ne? Genauso wie diese angebliche Sexparty, über die ich mich gefreut habe, die gab's nicht. Hat sie ein Video von der Party gezeigt, da saßen die da mit Freunden einfach im Wohnzimmer und jeder hat, äh, so ne, so ne lustige, äh, Bananenplax geredet. Ne, die haben so ne, Powerpoint-Präsentation jeder gemacht über das Thema Sex, so, und, so, aber auch lustig und auf, über, so cringe und so, weißt du? Und mehr war das nicht und das wurde dann so von wegen, ja, sie hat so absolute Sexparty veranstaltet mit so Übergriffen und so ne Scheiße. Wollen wir das auch mal machen? So ne Sexparty? Mit Powerpoint-Präsentation? Ja. Was ist das für ne Scheiße? Das ist jetzt nicht dein Ernst, da ist jetzt nicht wirklich eine mit dem Beamer da gewesen und dann, ne, die haben, haben sie auch, das ist Dirty Sanchez. Die haben wahrscheinlich den PC am Fernseher angeschlossen, ja, ja. Norwegian Burrito. Ja, die haben, guck mal, da war so einer, der hat auch Spaß so über, äh, Verhütung gesprochen, der andere, da waren Männer mit dabei? Äh, ja. Ah, okay. Ist das sauer direkt, oder? So, die hat halt so ein paar Sachen da, ich glaube, jetzt geht's wieder, entweder geht's jetzt richtig los, oder, keine Ahnung, naja, ich bin ja immer nur so, ich find's ja immer witzig, wenn Leute sich gegenseitig in die Fresse hauen, meine Schadenfreude ist ja das schönste. Ich weiß gar nicht, wo ich da ausgestiegen bin, ich glaube, das letzte Lustige war wirklich, wo du das geguckt hattest und ich dann mal, ich dann da immer meine Anise-Duck-Seite rausgeholt hab, aber ansonsten hab ich das wirklich gar nicht verfolgt, ich fand's nur witzig, immer zu sagen, die arme Frau, die kann jetzt gar nichts mehr, aber, ja, ich mein, tja, das ist halt immer, wenn du, das ist diese Scheiße, ne, dieses in der Öffentlichkeit sein und so eine Pisse dann. Ja, ja. Deswegen, es ist ja auch so, das ist ja, wird ja auch grad zum Trend, ne, auch in den Staaten, dieses ganze Exposing, was jetzt grad überall abgeht, sogar Mr. Beast und so eine Scheiße, Wahnsinn. Naja. Ja, das ist halt, wenn du dann so viele Leute hast, ne, weil jeder hat doch seine, seine Scheiße und die Scheiße wird wahrscheinlich im Endeffekt irgendwo größer, je mehr Möglichkeiten du hast, womit Geld nun mal eine Rolle spielt. Ey, ich will auch nicht, also, was man früher alles, also, auch wenn diese, diese Tweets und so weiter von vor zehn Jahren und so weiter rausgeholt werden, ne, alter Schwede, ich, ich will nicht sagen, was ich da alles rausgehauen hab. Ja, da hat man noch, musste man noch keinen Schiss haben, mal einen schwarzen Humor einfach. Na, was heißt Schiss? Also, das ist ja auch, also, bei einigen Sachen entwickelt man sich ja auch weiter, so, bei einigen Sachen hast du auch nicht mehr das Bedürfnis, das zu sagen, oder verstehst auch, warum man das nicht sagt, das ist ja dann aus dem Wortschatz raus, aber das ging manchmal ab wie Zepfie, wenn ich da im Nachhinein so drüber nachdenke, ist dann auch so, alter Schwede, also, wenn, wenn ich das, ne, hätte ich mich aber angeschrien in dem Moment. Naja, das stimmt halt, also, wenn die mal, wenn die Kram gehen, können die überall was finden. Ja, auf jeden Fall, also, gerade, wenn du immer schon online stattgefunden hast. Ja, bei den Leuten, die momentan halt alle so auch, also, viele von den jetzigen sehr großen Streamern, die sind ja erst, die sind ja mit dem Scheiß aufgewachsen, das heißt, die haben, wenn sie Glück haben, immer direkt aufgepasst. Digga, ich bin 40, ich habe den Wachstum des Internets miterlebt. Ich habe die, ich habe die ersten Tage von allen möglichen sozialen Netzwerken festgelegt. Ich habe die Stunde eins von Instagram, ja, ich war der einer der ersten, ich habe zum Beispiel, weiß ich was, die ganzen Plattformen, die so entstanden sind, die jetzt mega bekannt sind, da haben wir alle als erstes mit reingeschnuppert und so. Du wirst überall Scheiße finden. Ja, auf jeden Fall. Bei mir ist es halt egal. Da muss man nur ein paar Sticker durchgucken, dann bist du schon unten durch bei WhatsApp. Richtig, oder? Dann ist das Ding schon fertig. Dann Tschüss, Paris Athen, auf Wiedersehen. Das ist es halt, aufgeschissen. Ja, aber wie gesagt, also, solange man nicht wirklich frontal bei einigen Sachen so beleidigt und gerade unter Freunden, finde ich das vollkommen normal sogar muss, dass man sich gegenseitig so ein bisschen, oder nicht so ein bisschen, sondern dass man sich gegenseitig beleidigt, das macht für mich auch wahre Freundschaft aus. Ja, das ist, das ist, keine Ahnung, ich finde, dass es, alle sind halt heutzutage so verweichtlicht, weißt du, die heulen alle sofort rum, nimm alles so, so persönlich. Ja, aber wir sind auch schon viel weicher als unsere Eltern. Sind wir doch da auch mal ganz ehrlich. nicht, also vielleicht nicht in, in, in Punkto, Worte oder was weiß ich nicht, aber so auch allgemein, du wirst doch immer fauler. Du, man hockt am PC und so weiter, ich kann kein Haus bauen, sag ich dir, wie es ist. Ja, ich kann, das kann ich auch nicht. Aber so, dieses Verweichlichen, das geht ja immer weiter, also, also Verweichlichen hört sich jetzt wieder so negativ an, bla bla, ist ja den Umständen immer auch so ein bisschen geschuldet, ne? Ja, unsere Eltern waren alle mit 13 auf dem Bau, mit René zusammen. Na, bei uns war es schon, im Osten war es schon ab 10. Ja. Naja. Ja, und, und dann bei Twitter, ich habe nicht viel mitbekommen, hast du Olympia verfolgt? Erstens, Sport, nein, ist ja überhaupt nicht so mein Ding, und, diese Scheiße, was ich da schon bei der Eröffnung alles mitbekommen habe, das Einzige, was ich gesehen habe, also, ich kriege ja das mit, was bei Twitter dir um die Ohren geschah, ja, genau. Also, die Scheiße da mit dem Breakdance, was ich da gesehen habe, was war das denn? Ich dachte, die hatten einen Anfall. Das ist ja wohl, das ist ja wohl das Witzigste, was ich jemals bei sowas gesehen habe. Ich habe, ich konnte nicht mehr, ich habe Tränen gelacht, War das ein Troll? Also, hat die getrollt, oder war das echt? Ich warte noch darauf, dass Böhmermann das war, dass er die da reingeschleust hat. Also, die haben, die haben ja wirklich gezeigt, wie die sich qualifiziert hat, und das war auch, man, man urteilt jetzt wieder darüber, wir Fetten vorm PC sagen, scheiße hier. Also, ich kann das besser. Wie bei Germany's Next Topmodel, so man ist die hässlich. Ja, ja. Aber, das ist halt wirklich, die hat, die hat ihre Vorrunde da gemacht, wo sie das, wo sie sich dafür qualifiziert hat. Das war auch schon wirklich schlecht, weil die bewegt sich halt cringe wie Sau, ne? Ja. Also, das sieht halt wirklich aus, als wenn, als wenn Muddi sagt, komm, ich mach mal. Zeig mal, mach mal hier so eine flippige Musik an, und dann mach ich das mal. Ja, das fetzt aber richtig, und dann fängt die an. Und dann, und dann war es ja wohl so, ich weiß nicht, was das erste Mal, da muss man mich korrigieren, kann Quatsch sein, aber auf jeden Fall, ich glaube, das war das erste Mal, dass die jetzt dabei waren. Also, dass dieses Breakdance dabei war. Dann war das letzte Mal wahrscheinlich. Und, genau, aber das war vorher schon so, dass die gesagt haben, für 2028 ist das nicht nochmal Disziplin, und dann hatte der Typ, der das so organisiert hat, gesagt, wir zeigen denen aber, was das eigentlich für eine geile Show werden kann für Olympia, und dann tritt die da auf. Und dann war Feierabend, jetzt ist doch nichts mehr, das kommt nie wieder, die Scheiße. Das wäre so übel, wenn sie so mittendrin schon so weggemacht hätten. ja, wir gucken dann mal ins Trainingscamp von denen. Ey Leute, wenn ihr das nicht gesehen habt, wirklich, ich glaube, Raygun ist da ihr Spitzname, Breakdance, Olympische Spiele, ihr haut euch weg, das ist der absolute Hammer. Und da gibt es auf TikTok auch einfach irgendwelche Frauen, die das so nachmachen und das wirklich genauso aussieht. Das sieht wirklich aus wie der größte Prank, die die Olympiade je gesehen hat. Das ist der absolute Wahnsinn, das ist so surreal. Aber die hat halt geweint danach auch wieder, das tut mir dann natürlich wieder leid, aber mir nicht. Das passiert halt, wenn du Teilnehmerurkunden kriegst. Ja. Dann ist, das ist wirklich, also das ist, das sah wirklich aus wie damals bei Deutschland sucht den Superstar, auch wenn man weiß, dass das natürlich auch viel gescriptet war und was weiß ich nicht. Aber da muss einfach mal die Familie oder die Freunde auch einfach mal sagen, ey, das ist wirklich nicht gut. Ja, wie damals bei Deutschland sucht den Superstar, wenn René wieder um die Ecke kam mit seinem mit seinem Tribal Drachenhemd, der dann auf einmal da so weiß ich was Scooter singen will. Naja, was willst du machen? Hyper, hyper, ja, aber das, das hatte ich mir auch noch, weil das war die absolute Sensation. Also ich hab wirklich nicht viel von den Olympischen Spielen mitgekriegt, aber das ist der Hammer. Und natürlich der, der türkische Hitman, ne? Ah ja, der war gut. Aber bitte, ich will, wie es sagt, irgendjemand nochmal dieses Scheißwort Aura, Alter, ich krieg's kurz und Alter. Also Aura minus 1000 war das bei ihr auf jeden Fall. Egal, diese Begriffe. Du musst dich der Sprache auch mal anpassen. Ne. Will ich nicht. Mach ich nicht. Doch, natürlich. Gut, Talahorn. Ja, ne? Ein Talahorn. Mal's moll. Es sind eigentlich die, die normalen olympischen Spiele und die Paralympics sind die zeitgleich. Äh, müsste ich googeln, aber fangen die nicht jetzt an? Also fangen die nicht, sind die nicht immer danach dran? Das kann nämlich sein. Ich hab, ich hab nämlich ein Video gesehen von den Paralympics, wie, oh, uch. Er hat beim Reden schon gelacht, du bist ja so ein Unmensch. Aber nur, weil das, ich verstehe es halt, ich lache ja nicht über die Leute. Da war halt, krieg dich ein, hallo. Ich hab mal Tischtennis gespielt. Ja, mit dem Mund. Nein, auch mit dem Arm. Achso. Aber das Ding ist halt so, die Tischtennisplatte, die ist ja auch, die hat ja, du hast ja noch eine Hälfte jeder Seite von den Seiten und so. Und die saßen halt im Rollstuhl, beide. Das heißt, die hatten im Prinzip nur diese Fläche vor sich, so 50 Zentimeter. Das heißt, ungefähr jeder, nur jeder dritte, fünfte Ball oder so kam überhaupt beim Spieler an. Und das Ding ist so, ich dachte erst, das wäre so ein Video, um das zu verarschen, bis ich halt oben gelesen habe, das ist ein Ausschnitt gewesen von den Paralympics. Ja, das ist schon bitter. Ey, ich bin, also ich bin eigentlich eher, also um da, ne, natürlich, das ist alles witzig und so weiter gemeint, aber um das so zu, ich finde das halt geil, dass die das überhaupt machen können. Definitiv. Dass sich da für Leute engagieren, dass die da wirklich sportlich da auch nochmal zu, ich finde das eigentlich geil. Der würde, und was richtig geil ist, der TikTok-Account von den Paralympics, der ist auch wirklich selbst, also schwarzer Humor. Ja, das habe ich schon mitbekommen. Das ist ja auch absolut genial. Das finde ich so geil, dass die sich da selber aufs Korn nehmen. Ja, das ist genauso, wie wenn ich selber über mich Witze mache, dass ich fett bin, du nimmst den Leuten halt wirklich so die Munition, ne, also, du hättest dich, hättest dich damit halt ab und machst dich ein bisschen immun. Und das Ding ist halt so, wie gesagt, das war halt einfach so, ich sage vorweg einmal, die würden mich wahrscheinlich im Tischtennis trotzdem abziehen, weil ich den Ball nicht treffe beim schlechten Auge, das kommt ja auch noch dazu. Ich habe ja früher auch gespielt, aber ich war halt auch grottenschlecht, weil ich halt super schlecht mit Hand-Augen-Koordination war, ne. Also das war halt so meine Schwäche. Du hast ein Glasauge, ne, war das? Ja, ich wurde mir rausgeschossen im Bürgerkrieg. Welcher? Hier bei uns. Du hast ja drei erlebt. Ja, auf jeden Fall, ja, fand ich halt irgendwie amüsant, so das Video, auch wenn man, ich lache ja, also da habe ich ja nicht über die gelacht, sondern über die Sportart. Na, das würde mich auch mal interessieren, ob die Leute, also Olympia geguckt haben, ob das nur bei mir halt nicht mehr so ist. Ich bin der Meinung, früher habe ich das viel geguckt, sogar auch mit Freunden, so gerade auch hier Phelps und Bohlzeit, Jusel Bohl und so weiter, oder auch Fabian Hambüchen haben wir uns reingezogen und so weiter. Aber dieses Jahr, oder ja, dieses Jahr war ich da komplett raus. Würde mich mal interessieren, ob das noch was auf dem absteigenden Ast ist oder ob das noch viele gucken. Ich habe ja, also ich bin da komplett raus, ne. Ich habe nur das Einzige, was ich gesehen habe, war diese eine polnische Läuferin, Wieso? Diese eine mit den Tattoos, die war ganz toll. Ich habe mich Fan. Ach, die so einzelne Tattoos hatte, da wo sie so viele Bilder, ja. Das ist ja dann wieder, das siehst du ja auch auf Twitter, dann ist da wieder Wix-Parade, weil die alle geil sind und ja, ist ja toll, sind hübsche Frauen. Überleitung. Oh, ne, Wix-Parade war eine Überleitung? Ja, und zwar, was ist momentan, was ist momentan deine Lieblings-Pornhub-Kategorie? Oder Porns allgemein, muss ja nicht die Skoketik sein. Futanari. Futanari? Wie so eine Überraschung ist das so. Wer von den Mädels hat den Kock? Ne, haben ja alle bei Futanari. ne, es gibt, da wird auch variiert. Ne, das ist Futanari, ja. Echt oder animiert? Oder diese Getricksten? Getricksten? Kennst du die? Wie Getricksten? Ja, natürlich, diese überdimensionalen Schenke. Nein, nicht Getrick-Film, sondern es gibt, es gibt bei Pornhub eine Futanari-Kategorie. Wie kommen wir überhaupt auf die Scheiße? Ist doch jetzt, das ist Kultur. Onkels Futanari steht im Titel. Auf jeden Fall gibt es da so eine Kategorie, wo das sind halt Mädels, aber immer wenn sie, wenn der Kameraschnitt sozusagen auf den Schrittbereich von dem einen Mädel ist, ist das halt irgendwie so ein Skinny Dude. Die Trickste sozusagen, so mit Tricks oder so, die machen dann auch so eine halbe Greenscreen und so. Du bist schon wieder bei einer ganz anderen Kategorie. Du bist, also du bist, das ist ja schon She-Mails, also Shicks wird Dicks und Sluts wird Nuts. Das ist ja, Futanari ist ja einfach, ich weiß gar nicht, ob es da für eine Definition gibt, aber das sind immer Fake-Pümmel. Immer. Ja, komm. Auf jeden Fall, ich glaube sogar der Channel bei denen heißt sogar irgendwas. Ja, und die zweite Kategorie ist okay, ich schreibe mir auch mal ein paar Fragen für dich, auch Freund Blase. Die ist mir vorhin einfach eingefallen. Aber bei dir ist das wahrscheinlich so deine Eltern und so gucken sowas nicht, ne? Was, Futanari? Ich frage mal in der Familiengruppe. Da kommt so vom Stiefvorder direkt so von wegen so, klar, das sind doch die hier mit dem immer Fake-Pümmel und so. Na sicher, hier, Densy ist doch da die Beste. Ach, Mensch. Ach, herrlich. Ja. Ja, momentan sind's Kugas bei mir, falls du fragen willst. Ach so. Ja gut, aber Kugas ist ja bei dir halt auch einfach deine Altersklasse. Dein Maul. Ey, sei mal nicht so, ist doch einfach so. Ich bin zarte 38. Ja, richtig. Und Kugas auch. Nee. Ein bisschen älter, meinst du? 45, 50 so. Ja. Ich brauche so einen Silberrücken. Auch so schwer wie du, oder was? Nee. Muss natürlich schon ordentlich sein. Ich mache ja Body Shaming, ne? Ja, richtig. In der Position als Sportler darf ich das ja jetzt. Na, nee, das Gute ist Body Shaming. Wir sind beide fett. Das ist das Einzige, wo wir wirklich immer richtig raufgehen können, ne? So. Auf fette, ekelhafte Karl Lagerfetts und Markus Maria Prophetlichs. Ich habe heute im Fitnessstudio fast gekotzt. Heute war übel. Na, was gab es vorher zu essen? Gar nichts. Ach du, weil du so früh hingehst, isst du immer nichts vorher? Ja, ja, ja. Ich gehe direkt um neun immer. Musst dir mal ein schönes Porridge reindrücken. Ja, oder so einen guten Outriegel, Alter. Nee, kein Riegel. Selbst gemacht. Porridge. Ja, ich bin, ich kann morgens nicht essen. Wenn ich zu früh esse, wird mir einfach immer schlecht. Immer? Ja, ich kann das einfach nicht. Morgens aufstehen. Also ich bin einfach nur zu faul, sage ich dir ganz ehrlich. Ich reize vor der Arbeit so lange schlafen wie geht, dann Zähne putzen, duschen, anziehen und zur Arbeit, ne? Also nix vorher noch hinsetzen, Käffchen oder so eine Scheiße, da bin ich vollkommen raus. Also so um um elf kann ich vielleicht das erste Mal essen. Das Ding ist aber, ich glaube, das liegt halt an fester Nahrung, weil früher, wo ich halt damals schon eine Weile beim Sport war, da habe ich jeden Morgen halt flüssig Nahrung genommen. Sinn gemachter, mager Quark. Achso. Ich habe nie Bier getrunken, die Plur mag ich nicht. Ja, dann halt schön Korn wieder auf der Hand. Oh, am Wochenende war ich mal wieder eintrinken, so aus Spaß. Ich habe schon gehört irgendwie, du warst ja auch nicht online, da habe ich mir schon gedacht, na, aber na, 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 du wolltest nicht, ne? Ne, also es ist voll dann, da dachte ich mir so, boah, ich habe auch irgendwie gar nicht so, ich wollte halt auch irgendwie keinen Rum, keine Cola, so oder Whisky, so weißt du, eigentlich wollte ich nur so ein, zwei Zartel mischen trinken, vielleicht einen kurzen, weil der Mann Kumpel wusste, der Jägermeister, so habe ich mir, habe ich einfach nur einen schönen, wie damals im Dorf Amaretto mit kalter Cola, aber die Flasche hat dann auch nicht gekriegt. Ja, das war nämlich wieder kalt. Ja, und das ist das halt, das ist bei mir, ich sage dir genau dasselbe, ganz oder gar nicht und letztens, ich bin stolz auf mich gewesen, war große Party hier bei uns, viele Freunde wieder gesehen und so weiter und nüchtern geblieben. Bitch, warum das denn? Und das war, ja, weil ich das, ich habe doch gesagt, ich will auch nicht mehr so wirklich mit der Sauferei und so weiter und das war eigentlich ein guter, also auch so ein gutes Training, weil da halt echt viele Leute waren, die mir halt auch besoffen nicht auf den Sack gehen, halt wirklich gute Freunde so und das ist dann schon mal gut. Ich könnte nie im Club oder sowas nicht, da würde ich ausflippen. Da wäre ich nach einer halben Stunde wieder raus. Ja, ja. Ich habe Club auch manchmal besoffen nicht ausgehalten. Tricks, 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 Tricks. Das gab es bei mir nicht, da habe ich immer dann Licht angemacht. Auf jeden Fall habe ich gemerkt, dass halt jetzt mal so ein Wochenende, also das macht dir den Erfolg beim Sport komplett kaputt. Ja, hatte ich zurückgeworfen, dann ist es ja anstrengend, dir geht es Montag halt, das ist Müll. Es ist halt wirklich einfach Gift und Kacke. Und ich bin doch so, ich bin doch immer so besessen darauf, meinen Schlafrhythmus zu halten. Ich war, ich war um, guck mal, ich bin dann beim Kumpel so noch eine Stunde auf dem Balkon weggenickt. Ich war dann um halb neun zu Hause am Sonntag und ich zwinge mich ja, egal wie lange ich wach war beim Feiern, ich stehe um zwölf Uhr wieder auf spätestens und versuche mich dann den ganzen Sonntag wach zu halten. Ja, das mache ich nicht. Ich lag wie angefahren, lag ich dann so auf dem Sofa oder mal wieder auf dem Bett und bin dann halt abends um 23 Uhr bin ich dann hängen gegangen, damit mein Schlafrhythmus richtig war. Und immer hin und her, ne? Ja. Couch scheiße, Bett scheiße, ach, was soll's. Ekelhaft. Lass die Finger vom Alkohol, Kinder. Ja, das macht doch keinen Spaß mehr in dem Alter. Ey, ich sag dir gar nicht, anfangen mit der Scheiße. Ich glaube, wenn du im Jugendalter schon lernst, ohne Alkohol zu feiern und so weiter, ist das Beste, was du machen kannst. Ich hab die Leute immer, ich musste, hatte ich immer ein bisschen Neid auf die, die halt auch ohne, ohne Sofa richtig abfeiern können. Also ich kenne nicht viele. Ich bin gar nicht. Vielleicht ein, zwei. Aber die, die das können, das ist wirklich genial. Hier wird kein Kind zuhören, aber sagt's euren Kindern. Richtig. Ja, herrlich. Ja. Du, ich hab's, so weit dann erstmal nichts mehr auf dem Zettel für heute. Ja, ne, für heute auch nicht, du. Und schöne Schwätzchen, sag ich mal. Schöne Mische trinken. Ja. Also, was haben wir gelernt? Hände weg von Twitter und guckt euch den Raygun Breakdance von Australien an. Das war der absolute Oberwahnsinn. Und auch mal einen Bookmark. Und keinen Schlangenleder kaufen. Und einen Bookmark bei Pfrutanari lassen. Ja, einfach mal gucken, ob's gefällt. Richtig. Man muss aber auch mal ein bisschen was Neues machen. Richtig. Einfach mal ausprobieren. Ne. Alles klar. Ja, dann, Marco, schade, schade, danke fürs, schade, dass du da bist. Danke fürs Reinschauen. Ich werde mir jetzt, oh, es ist 20 Uhr erst, ich will wahrscheinlich doch noch nicht pennen, aber ich werde heute früh schlafen, weil ich bin richtig kaputt vor heute. Ja, das wollte keiner wissen. Alles klar. Ich wünsche dir was, wir hören uns. Macht's gut. Auf Wiedersehen.